Willkommen auf der Saatogs. Ich bin von der Dokomi wieder da, das heißt, wie angekündigt, geht es jetzt einfach nochmal weiter. Und heute zeige ich euch den Demon Slayer Film The Movie Mugen Drain in der Collector's Edition mit einigen an Extras. Und die Folie unten ist mir ein bisschen angegangen, das heißt, ich brauche heute gar nicht die Schere. Auf der Dokomi selbst habe ich mir bis auf ein paar Sachen aus der Artist Area nicht wirklich viel gekauft, nur zur Info. Brauchte sich gar kaum was da, also Peppermint war nicht da, Crunchyroll war nicht da, war eigentlich nur Animund und Anime Host da. Ein bisschen komisch gewesen dieses Jahr. Aber Crunchyroll wäre wahrscheinlich sowieso nicht mal wirklich so auf Konz. Naja, naja. Gut, gucken wir erstmal, was uns hier alles erwartet. Den Film übrigens, die Anboxnis zu der Serie verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und könnt ihr gerne noch nachholen. Meine Stimme ist auch noch ein kleines bisschen angegangen, weil am Wochenende war ja dann doch anstrengend. Äh, ja. Drauf sind die Sprachen Deutsch und Japanisch, Meddeutschen Untertiteln. Geht 116 Minuten im Bildformat 16 zu 9 voll AD. Und die Toneausgabe ist in 2.0. Als Sechster sind dabei ein Booklet. Der Soundtrack. Das deutsche Dialogbuch. Ich weiß nicht, ob es das komplette ist, aber das wollen wir vielleicht mal ein Ausschnitt. Werden wir gleich sehen. Dann 2 Artcards. Digital sind dann noch Audio-Kommentare und Trailer- und TV-Sports mit drauf. Der Schuber hat übrigens so einen richtig geilen Touch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Soft-Touch nennen kann. Er ist nicht so glatt. Wie sonst immer. Bei den Schubern halt. Selbst hat er den Film ja auch da als im Kino gesehen. Da ist mir auch was runtergefallen. Ah, das ist nice. Ja, das ist jetzt hier die richtige Zahl. Hier ist eine Limitierung 2.588, limitiert auf 5.000 Stück. Stimmt, außen war gar keine Limitierung drauf. War cool, dass das wenigstens noch so separat mit reingepackt wird. Als kleines Zertifikat. Dann tue ich erstmal die Artcards-Kommentare an. Das ist schnell abgehakt. Wo war ich eigentlich den geblieben? Ah ja, den Film habe ich damals noch im Kino gesehen. War auf alle Fälle echt cool. Irgendwie ein bisschen, also ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass das nochmal als Server veröffentlicht wurde. Das, wo die Discs drin sind, hat den gleichen Touch oder einen ähnlichen Touch wie der äußerliche Schuber. Nennen wir es mal Textiltouch. Dann haben wir hier einmal die Disc und hier die Soundtrack. Dahinter ist es wahrscheinlich da nicht wirklich was, einfach nur schwarz. Ja. Und ich glaube, das Ganze ergibt noch einen kompletten Art. Sieht auf alle Fälle echt cool aus. Gut, machen wir weiter. Was haben wir hier als nächstes? Das Special Booklet. Aber wie muss ich das jetzt halten? Ah ne. Doch so. Da sind sehr viele Infos und Entdrücke drinne vom Entstehungsprozess. Das ist schon immer echt cool, da auch so Behind-the-Scenes zu sehen. Das kommt gerade wieder schöner Geruch hoch von frisch gedrucktem Medium. Ja, ja. Dieser. Sehr viel Interviews mit dem Cast. Und er kommt mit. Noch mehr Cast. Und nachher haben wir gleich die Tracklist noch von dem Soundtrack im Booklet mit drinne. Das heißt, das muss alles immer schön zusammenbleiben. Dann haben wir hier noch das Deutsche Dialogbuch. Aber ich glaube, das gucken wir uns jetzt nicht komplett an. Schauen wir mal rein, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Alles schön in Hardcover gehalten. Jetzt sehe ich tatsächlich jetzt so Verbrauch aus Hatties umgedreht gemacht. Also das Spächerbucklet Hardcover und das Dialogbuch in Softcover. Da ist noch so ein Polen-Lagente sogar mit drinne. Ist das dort der komplette Film? Das ist aber auch interessant, auf alle Fälle. Interesante Sache. Kann man selber nochmal nachsprechen alles. Nochmal neu synchronisieren. Ja, dann, ich glaube, das gute Stück kann man noch kaufen. Verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch auch recht herzlich für das Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und schaut noch bei den vergangenen Videos vorbei. Tschüss.